Also, ja, fangt halt gerade an, so, du bist ein bisschen gut dabei, packst es ja ordentlich richtig an, siehst nach oben, und so ein bisschen, das war so ein bisschen, doch ein Rumpen zu viel, und da rutscht leider von Iskard ein, rutscht die Tür aus den Angeln, ah, und fällt nochmal kurz zurück, wo sie ist, ja, äh, ich wollte es jetzt nochmal machen, und dann merkt er so, ah, knack, knack, so, oh, Ah, das ging ein bisschen auf den Rücken bei dir, hast du auch gesagt, oh, und der Mensch, der Arsch, also, also, du sitzt da wirklich so, und du merkst, einfach nur so, also, besonders auch, auch du, ähm, war Frank, ist ja so, du bist wieder ein kompletter Bayern, ich hab's hier ohne Probleme zu hochziehen, und jetzt haben wir so, komplett verkrümmelt, da irgendwie so, er hat schon einen starken Rücken, ganz aufzuheben und merkt auch so wie er noch mal richtig laut knack macht der hatte so 90 grad kommt auch gar nicht mehr selbst hoch die Tür hat sich kein bisschen bewegt bei ihm das hat null gemacht ja und du kriegst nochmal einen V6 Schaden unser Spiel hasst mich it's time to stop it's time to stop, okay no more where the fuck are your parents who are your parents I'm gonna call child protective services it's time to stop weil ich sauer auf die scheiß Tür bin ja du trittst da drauf und merkst halt die sind immer noch locker also mit Gewalt wird man die halt drauf bekommen so und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017